Hallo und willkommen bei Hardware Rad. In diesem Video die Technik-News der Kalenderwoche 28 2014. Intel wird immer mehr zum Auftragsfertiger. Fünf Firmen lassen ihre Chips schon bei Intel herstellen. Nun lässt auch Panasonic ihre Prozessoren bei Intel fertigen. Höchstwahrscheinlich handelt es dabei um Video- und Audio-Prozessoren. Also für TV-Geräte und Blu-ray-Player. Wieso Panasonic bei Intel fertigen lässt, liegt an dem 14-Nanometer-Verfahren, das derzeit wohl das Beste ist. Ist zwar insgesamt gesehen nur eine kleine Sache, aber ein Merkmal dafür, dass Intel künftig eine größere Rolle als Auftragsfertiger spielt. Deutschland wird fest von Android regiert. Prozentual gesehen nutzen immer mehr deutsche Android-Handys. Mittlerweile 80,9%, iOS lediglich 12,1% und Windows Phone 5,9%. In anderen Ländern sieht das etwas anders aus. In der USA nutzen 32,5% iOS, was fast das Dreifache wie in Deutschland ist, und in Großbritannien noch 29,4%. In Japan nutzen sogar mit 51,7% mehr Leute iOS als Android. Windows Phone ist in jedem Land am schwächsten vertreten. Der Höchstwert ist in Frankreich mit 10,5%. In Deutschland nur rund 5,9%. Und in China gerade mal 0,6%. Brotwell für den Desktop rutscht wieder etwas nach hinten. Noch in diesem Monat fängt Intel an, Brotwell-Prozessoren für Notebooks herzustellen. Damit wird Intel sein Versprechen wohl noch einhalten und die ersten Brotwell-Notebooks noch Weihnachten 2014 erscheinen. Allerdings sieht es bei den Desktop-Prozessoren etwas anders aus. Sie rutschen um 8 Wochen nach hinten und werden dann frühestens Juli 2015, vielleicht sogar erst im September 2015 erscheinen. Laut Intel wird der Nachfolger Skylake ungefähr zeitgleich erscheinen. Allerdings werden die frei übertaktbaren Prozessoren dann auch erst 2016 erhältlich sein. Der Release von Nvidia Maxwell Karten rückt in greifbare Nähe. Laut Zollinformation aus Indien wurden Maxwell Chips aus Taiwan in die Nvidia Niederlassung in Indien geliefert. Dort wird dann wahrscheinlich mit den neuen GPUs rumgetestet. Aus der Zollinformation ist schon herauszulesen, dass die GPUs im Stepping A1 sind. Sie sind also schon eine überarbeitete Version. Allerdings wird meistens erst zum B-Stepping released, manchmal aber auch schon zu A2 oder A3. Der GM204-Chip soll bis zu 2560 Shader-Einheiten haben, was deutlich mehr ist als der alte GK104-Chip mit gerade mal 1536 Shader-Einheiten. Mit 2560 Shader-Einheiten der Maxwell-Architektur sollte die Grafikkarte dann auch gleich stark oder etwas stärker als die GTX 87 Ti sein. Der vermutliche Follows-Bau GM210 soll dann wahrscheinlich erst zur GTX 900er-Reihe erscheinen. Mit dem GM204-Chip werden dann wahrscheinlich die GTX 860, 870, 880 und 880 Ti bestückt sein. Der GM200-Chip wird dann wahrscheinlich für etwas schwächere Grafikkarten sein. Der GM200 und 204-Chip werden im 28nm-Verfahren hergestellt. Nach jetzigem Kenntnisstand werden die späteren Maxwell-Grafikkarten im 20nm-Design hergestellt. Allerdings gibt es Gerüchte, dass Nvidia 20nm überspringen will und dann gleich in 16nm produzieren will. Da man Anfang 2015 richtig anfängt mit diesen Fertigungsverfahren zu produzieren. Das war's auch mit den Technik-News für diese Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt ihnen einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.